Das sind die richtigen Miethaie. Wir stehen heute hier vor der Dete, dem ehemaligen Kulturzentrum, was es ja mal in der Neustadt gegeben hat. Mittlerweile steht es seit drei Jahren wieder leer. Und wir finden, das geht auf keine Kuhhaut, besser auf keine Fischhaut. Deshalb sagen wir Miethaie zu Fischstäbchen. Wir sind dagegen, dass es weiterhin nur Fläche an Investitionspreis verkauft wird und das bezahlbare Wohnen in Bremen ausstirbt. Dagegen wenden wir uns und das werden wir an allen Ecken und Enden, wo wir sind, bekämpfen.